Moin und willkommen bei FlexFlex. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr selber testen könnt, ob euer Design sich von der Masse abhebt oder nicht. Dafür befinden wir uns hier im Affinity Designer und wir schauen uns hier mal das Design an, was ich schon mal erstellt habe in einem vorherigen Video. Und um jetzt herauszufinden, ob sich dieses Design auch von den anderen Designs in der Nische vielleicht abgrenzt, gibt es einen ganz leichten Trick. Und zwar geht es letztendlich ja darum, dass das Design auf der normalen Amazon Startseite meist zwischen anderen T-Shirts angezeigt wird. Also meist sind ja so vier in einer Reihe, wenn man jetzt irgendwie am Computer danach sucht und dann ganz viele untereinander. Und das habe ich versucht jetzt im Affinity Designer anzuwenden. Dafür habe ich quasi einfach ein T-Shirt mir hier aufgezeichnet und in schwarz eingefärmt. Wenn ich jetzt das T-Shirt über die normalen Hintergrundfarbe lege, also wenn wir hier den normalen Hintergrund rot wählen oder so wählen, legen wir das T-Shirt einfach darüber, dass wir die Farbe nicht mehr angezeigt haben. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, können wir schon sehen, wie unser Design letztendlich auf dem fertigen T-Shirt aussehen würde. Klar sieht man hier vielleicht noch so einen leichten Rand, aber den lassen wir jetzt einfach mal kurz beiseite, ignorieren das und stellen uns einfach vor, wie unser T-Shirt aussehen würde. Dafür kann man jetzt einfach mal ein bisschen weiter rauszoomen und zu schauen, okay, wo kann man, ab welcher Distanz kann man vielleicht noch die Schrift lesen und ab wann vielleicht nicht mehr. Jetzt, der nächste Schritt besteht darin, diese Amazon Startseite bzw. diese Zeile von diesen vier T-Shirts nebeneinander versuchen ein bisschen nachzustellen. Dafür habe ich mir jetzt einfach hier drei andere aus der Nische passende T-Shirts rausgenommen und hier reinkopiert. Darum geht es wirklich jetzt. Es geht nicht darum, irgendwas zu kopieren oder so, sondern einfach jetzt als Beispiel habe ich mir die hier hingelegt. Dann dazu nochmal einen weißen Hintergrund gemacht und schon sehen wir hier vier T-Shirts, wie sie auf Amazon auf der Startseite vielleicht auch sein könnten. Vielleicht ein bisschen weiter entfernt oder so, aber das könnt ihr einfach für euch selber entscheiden, wie nah ihr die zusammen haben möchtet. Nebeneinander. Am besten könnt ihr natürlich da auch welche nehmen, die vielleicht gerade auf der ersten Seite sind, wo ihr hinwollt oder irgendwelche Bestseller, um einfach zu schauen, wie sieht euer Design im Vergleich zu denen aus. Zum einen natürlich, wie es vielleicht generell von der Anordnung etc. ist, also was in der Nische typisch ist, könnt ihr dahingehend schauen, ob euer Design ganz gut reinpasst, aber eben auch, ob es sich abhebt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt, wie gesagt, einfach ein bisschen rauszoomt, ein bisschen mal schaut. Okay, wir sehen, hier ist was Grünes. Das könnte also schon ein bisschen rausheben. Aber dadurch, dass bei den anderen die Schrift so relativ groß ist, fällt die am meisten auf. Also wir sehen hier zum Beispiel ganz klar Idioten oder Sense oder auch hier so viele Idioten. Also sehen wir, dass meistens die Wörter auffallen. Das können wir jetzt mit unserer kleinen Sprechblase in dem Beispiel jetzt nicht machen. Darum könnten wir, habe ich mir gerade mal überlegt, vielleicht mal versuchen, die Sprechblase auch grün zu färben, um noch ein bisschen mehr Abhebungseffekt zu bekommen. Aber dadurch sehen wir nämlich, dass es komplett grün ist, das Design eigentlich, im Gegensatz zu den komplett weißen. Um jetzt vielleicht die Amazon-Seite noch besser darzustellen, können wir natürlich auch alles, was wir hier haben, einfach kopieren und einfach nochmal runterziehen. Also wir quasi eine zweite Leiste, vielleicht auch einfach nochmal eine dritte Leiste erstellen, um so einfach diese Sicht von Amazon besser darzustellen, in unserem Affinity Designer quasi so als Probe zu haben. Unsere Designs können wir daraus wieder rauslöschen und einfach weitere Beispiel-Designs quasi, hinmachen, indem wir jetzt hier ein anderes wieder davorziehen. Machen wir das einfach mal ganz provisorisch, einmal kurz hier. Und wir sehen, dadurch, dass fast alles weiß ist, fällt unser Grün relativ gut auf. Und jetzt können wir nämlich ganz gut damit spielen und versuchen, die Farbe so hingehend anzupassen. Ich mache es jetzt mal nur von der Sprechblase, dass es auch wirklich noch besser heraussticht. Denn gerade beim Grüntönen können wir natürlich hier ein bisschen dunkler gehen, aber sehen, okay, das würde jetzt zum Beispiel nicht gut auffallen. Darum nehmen wir vielleicht ein etwas Knalligeres, was von weiter weg auch noch besser zu sehen ist. Aber die Grundidee hinter dem Ganzen, was ich euch jetzt vorgestellt habe, ist hauptsächlich das, dass ihr versucht, diese Amazon-Seite ein bisschen nachzustellen und so euer T-Shirt versucht, zwischen den anderen zu platzieren, um zu schauen, ob es sich irgendwie abhebt. Dadurch könnt ihr das zum Beispiel, wenn ihr wollt, auch einfach mal, na, wählen wir die mal aus, hier an den Rand nehmen, um zu gucken, wie es da aussieht, wenn wir das jetzt nach oben verschieben, um so einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was müsst ihr vielleicht am Design ändern, damit der Kunde es auch wirklich irgendwie sieht, damit es wirklich rausspringt aus der Masse, weil das letztendlich ja der Punkt ist, der euch zwischen den anderen entscheidet, ob der Kunde draufklickt oder nicht und ob er überhaupt euer T-Shirt-Design sieht oder nicht. Darum war das jetzt mal einfach so eine kleine Idee, wie ihr vorgehen könnt, um eben zu schauen, wie ihr gegenüber euren Konkurrenten steht. Das geht halt einfach, indem ihr einfach diese Bilder von den anderen Designs kopiert, in euren Infinity Designer reinladet und euch so eine kleine Vorlage erstellt. Und zu dem T-Shirt könnt ihr einfach irgendein Merch-T-Shirt rausnehmen, dann hier nah rangehen mit der Pen-Funktion, beziehungsweise mit dem Zeichenstift, hier ganz entspannt die Linien vielleicht lang gehen, damit ihr auch die gleiche Form ungefähr habt und es realistisch aussieht, um dann quasi auch so ein T-Shirt-Design zu haben. Ich habe hier schon mal eins gemacht und dann mache ich das auch ganz gerne, dass ich einfach, wenn ich quasi für eine Nische irgendwas designe, dass ich mir dann einfach zwei bis drei andere T-Shirts rausnehme, die neben mein mittleres Design lege. Also wenn ich das hier wieder ganz normal hier in die Mitte lege, wo ich sowieso designe, dass ich den Rest, den blätten wir nochmal aus, der ist gerade ein bisschen irritierend. Und, zack, dass ich dann einfach ab und zu, wenn ich vielleicht gerade dabei bin, irgendwas zu designen, hier was Kleines geändert habe, dass ich dann sage, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich aktiviere mal die anderen T-Shirts, die hier da sind, um mal zu gucken, wie das im Vergleich aussehen könnte. Das soll es auch eigentlich dann schon gewesen sein. Ich denke mal, es ist klar, weil ich euch versucht habe mitzuteilen. Vielleicht bringt es euch was, vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht irgendwelche anderen Anmerkungen habt. Und ansonsten, ansonsten, ja moin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao.